Diese flauschig aussehenden Bakterien heißen Meningokokken. Meningokokken können lebensbedrohliche Erkrankungen wie Hirnhautentzündung und Blutvergiftung auslösen. Besonders gefährdet durch Meningokokken der Serogruppe C sind Kinder und Jugendliche. Meningokokken C werden von Mensch zu Mensch übertragen durch eine Tröpfcheninfektion. Diese geschieht durch engen Körperkontakt, etwa beim Küssen, aber auch durch Husten, Miesen oder Ähnliches. Bei solch engem Körperkontakt nimmt man die Bakterien über Nase und Mund auf. Eine Übertragung passiert bevorzugt dort, wo viele Menschen dicht beisammen sind, zum Beispiel in Kindergärten, Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch in Diskotheken oder auf Partys. In Nase und Mund angelangt, besiedeln Meningokokken C die dortigen Schleimhäute. Von hier aus können sie dann in den Körper eindringen. Im Körper vermehren sich die Bakterien dann rasant. Besonders dann, wenn die körpereigenen Abwehrzellen die Bakterien nicht schnell genug erkennen und daher keinen Alarm schlagen. Befallen Meningokokken C überwiegend das Blutgefäßsystem, so kann das zu einer schweren Blutvergiftung führen. Siedeln sich die Bakterien vermehrt in den Hirnhäuten an, so kommt es zu einer Hirnhautentzündung. Diese beiden Krankheitsbilder können auch gemeinsam auftreten. Sowohl Blutvergiftung wie auch eine Hirnhautentzündung sind schwerwiegende Erkrankungen, die tödlich enden können. Meist drei bis vier Tage nach Kontakt mit den Meningokokken C können erste Krankheitszeichen auftreten. Zu Beginn der Erkrankung leidet der Patient an unspezifischen, grippeähnlichen Symptomen. Der weitere Verlauf unterscheidet sich je nach Altersgruppe. Bei Jugendlichen und Erwachsenen ausgeprägte Nackensteifigkeit, Lichtscheue und Gelenkschmerzen. Bei Säuglingen unter anderem Appetitlosigkeit, Teilnahmslosigkeit und der Unwille von Berührungen. Die Erkrankten müssen schnellstmöglich im Krankenhaus mit Antibiotika behandelt werden, denn innerhalb weniger Stunden können Meningokokken C bei einem vollkommen gesunden Menschen zu schwersten Erkrankungen führen. Meningokokken C verursachen also Erkrankungen, die schnell lebensbedrohlich werden können. Wie bewahrt man sich davor? Langfristigen Schutz gegen Meningokokken C bietet die Impfung mit einem Konjugatimpfstoff. Diese empfiehlt sich vor allem bei Kleinkindern und Jugendlichen, den besonders gefährdeten Personen. Ein Konjugatimpfstoff enthält Bestandteile der Hülle des Erregers in ungefährlicher Form. Nach Injektion verteilt sich der Impfstoff im Körper. Dank eines extra angefügten Trägerproteins erkennen die Abwehrzellen den Fremdkörper und reagieren mit Abwehrmechanismen. Die Abwehrzellen produzieren dann Antikörper und spezielle Gedächtniszellen. Diese merken sich ganz genau, wie der Fremdkörper aussieht. Infiziert sich eine mit dem Konjugatimpfstoff geimpfte Person nun mit lebenden, gefährlichen Meningokokken C-Bakterien, so erkennen ihn die geschulten Gedächtniszellen sofort. Auch die Antikörper markieren die Bakterien, sodass diese durch die Abwehrzellen besser abgewährt werden können. Es kommt zur schnellen Abwehr der Bakterien. Die Meningokokken C haben keine Chance. Auf diese Weise verringert die Impfung mit Konjugatimpfstoff die Infektionsgefahr mit Meningokokken C. und schützt so vor lebensbedrohlichen Folgen.